Mein Name ist Reicher Klaus aus Obermiedelbach in Bayern. Ich habe einen Ackerbaubetrieb, ein Lohnunternehmen dazu. Ich habe dieses Jahr die Presse V451M von John Deere im Einsatz gehabt unter Extremsituationen wie in Silage, auch in Stroh und in Heu. Sie war zuverlässig und die Bedienung einfach. Ich bin mit der Maschine sehr zufrieden und die Kunden mit dem Resultat auch.